Vor rund zwei Wochen feierten 130.000 Fans in München ihr Idol Helene Fischer, 38. Der Superstar gab auf dem Messegelände ein Megakonzert. Trotz Wetterchaos war es ein Riesenerfolg. Am 1. Oktober soll das Live-Konzert sogar auf ZDF gezeigt werden. Über zwei Stunden rockte sie die Bühne und die Menge tobte mit. Was die Zuschauer nicht sahen, hinter der großen Show steckt wochenlange, harte Arbeit und zwar nicht nur von Helene. Auf Instagram teilt sie jetzt ihre Dankbarkeit für ihr tolles Team. In einem kurzen Clip gibt sie Einblicke in die Proben, zeigt die strahlenden Gesichter der Crew und macht deutlich, ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ich bin immer noch am Durchdrehen, wenn ich das sehe, schreibt die Sängerei. Ich bin immer noch am Durchdrehen, ich bin immer noch am Durchdrehen.